So, weiter geht's. Jo. Mission. Äh, kurze... Achso, okay, erzähl du. Ja, ne. Äh, ich wollte nur vorlesen. Exfiltration. Ja, so. Ja, gut. Äh, anfangs ne Schleichmission. Ja. Also, wir müssen uns gleich absprechen, wer wen tötet. Okay. Äh, danach fahren wir mit den beiden Jeeps durch die Gegend. Okay. Deswegen jetzt am besten mit deiner Handwaffe bleiben und immer geduckt laufen. Also, jetzt noch nicht. Erstmal kommen wir hier noch in die Tür. Fertig? Ja. Okay, komm. Ähm. Ja. Jetzt willst du sie auch? Ja. Geh vor. Okay, ein Gegner steht vor dem Fernseher. Ich sehe keinen. Fertig hin. Ich nehme den rechten, ja? Den am Fernseher? Ja, der steht. Oder der auf dem Boden sitzt. Ja, okay, ich nehme den am Boden. Okay. Eins, zwei, drei. Okay. Gut. Was gibt's denn hier? RTL? Frauentausch? Ne, hier. Wir sind doch Gamer. Wir dürfen keine Freunde haben. Achso. RTL-Jokes werden nie alt. Ja. Oh, hier sind zwei. Können wir die Messern? Okay. Äh, lass uns lieber abschließen. Ich habe es noch nicht probiert. Okay, welchen nimmst du? Ich nehme den linken. Okay, ich nehme rechts. Wow, eins, zwei, drei. Hier hat geklappt. Ähm, kurze Info wieder. Geh nicht zu schnell vor. Gleich kommt eine Durchsage wegen Kameras. Okay. Geh du mal vor. Okay. Kaputt. Da? Ja. Ich habe noch eine. Oh, 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 Kamera. Oh, ne, die hole ich jetzt lieber nicht raus. Da habe ich gerade meine dicke MG rausgeholt. Da ist auch noch eine. Hab sie. Ich habe hier keine Kamera. Oh. Kann man hier mehr sonst? Ja, mach du das mal. Dann hast du auch was zu sehen. Dann mache immer nur ich alles. Was soll das heißen? Ja, ich auch hier gerade alles mit Kamera ausschalten und so. Hier ist keine Kamera. Okay, äh, komm mal hoch. Leben länger. Mit kein Grund. Siehst du den Schatten? Oh, warte. Ich bin gerade wieder runtergefallen. Siehst du den Schatten? Ja. Ja, der ist voll ab. Kamera. Nein, wir wurden entdeckt. Nein. Okay. Jetzt geht die Party ab, oder wie? Ähm. Hier links. An der Tür höre ich jemanden an. Ja, hier oben. Ja, weißt du was? Jetzt habe ich keine Lust mehr. Na, wo ist die Pumpe? Was wollt ihr? Hier ist ein... Okay, das ist die Geiste. Den müssen wir retten. Ja. Ja, ja. Ah, Kentucky Fried Chicken und so. Einmal hier Filet. 50er Bucket. Okay, wo geht's weiter? Äh, erstmal auf ihn warten. Achso. Was, was will denn der machen? Chatten, oder wie? Ja, und das ist jetzt irgendwie unser... Den, den haben wir... Wollten wir hier holen. Okay, Leute. Ich bin mal kurz AFK. Bis später. Ja, du hast dort ein bisschen, bis er kommt. Okay, also das mit dem Schleichen war wohl am Ende nix mehr? Ja, ne. Da hätten wir uns wohl absprechen, bis einer die Kamera kaputt macht und einer das andere. Ja, egal. Also, oh cool. Ja. Wo müssen wir rein? Ach genau, wir müssen jetzt vorgehen. Da kommen gleich Gegner auf der Straße. Achso. Also der Befehl kommt gleich. Ja. Ja, kurz zur Muni-Kiste. Okay, Muni voll. Nehmen wir die Sniper nochmal mit. Du? Sniper? Ja, oder willst du? Ne. Ist schon gut. Okay, gut. Da kommt gleich Kontakt. Holy shit. Oh, oh. Panzerfaust. Wir haben wenigstens auf allen Waffen wie Infrarot dort drauf. Ja, ich hab Infrarot. Ja, ich auch. Ist auf jeder Waffe hier in der Mission. Ja, ich hab ne B-L ہے. Ja. Jetzt muss ich mal ne Decke N.G rausholen. Ja, jetzt muss ich mal ne DECK N.G rausholen. Ja, ich hab ne B-Cheer. Da bei B B, Chase. In der Rambo. Aua, Aua, Aua. Ich bin doch kein Rambo mehr. Oha, Triple. Aua, von vorne. Okay, ich bin gleich tot. Und links ist einer. Ah, ich muss kurz nachladen. Das dauert ein bisschen. Ah ja, ich hab halt den Rücken frei. Aua, ich gehe fest. Oh, nervt mich doch nicht. Ich weiß gar nicht, wo geht es jetzt immer weiter geradeaus? Ich denke mal, wir fahren ja rechts rum. Hier, hier dürfen wir nicht. Okay, geht es hier lang. Mmm, lecker. Hat jemand Hunger? Warum, was ist denn da? Hammelfleisch. Ja. Wie Schwein oder irgendwie sowas. Delicious. Ach so. Er fährt da voll gegen. So macht man heute ein Tor auf. Schatz, ich bin vor Hause. Doch. Sie sind auch vor Tür gefahren. Scheiße, wir haben der 50er verloren. Was haben wir verloren? Ach so, unsere Leute sind, unsere Magas gestorben. Oh, ich habe gerade auf dich geschossen. Hilfe. Granaten, vier Granaten, fünf Granaten. Komm, ich kann hier. 6 unter schweren Beschuss. Verstanden? Ach, Whitehead. Ach, da. Okay, ich bin tot. Hilfe. Oh, la, die Waldfee. Oh, la, die Waldfee. Da oben ist er. No, 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 no. Uh, uh, uh. Oh, ich bin tot. Echt? Ja. Boah. Was ist denn? Keine Sorger, Mann. Bring dich hier raus. Ich doesche hier sogar von hier. Das habe ich gerade auch geschafft. Okay, lieber hier mal so in Deckung bleiben, würde ich sagen. Aua! Das wäre, glaube ich, eine bessere, als immer vorzulaufen. Meinst du da kommt... Oh, scheiße, ich bin tot. Der hat das Auto gebashed. Ich habe die Panzerfaust gesehen. Ähm, ist es hier ein unendlich Spawn, oder wie? Wenn wir jetzt nicht weiter nach vorne gehen, kommen wir immer wieder davon? Äh, nein, eigentlich nicht. Also es ist so, bis wir eine bestimmte Anzeige, glaube ich, gekillt haben. Okay. Wir sind, äh, BMW, wir machen den Weg frei. Achso. Oh, ist doch Toyota. Nichts ist unmöglich. Aua! Roll. Ach, er steht hier direkt vor mir. Ich habe gerade jemanden gemetzert. Ah, okay, jetzt geht es weiter. Jetzt müssen wir uns in die Panzer da einsetzen. An die Fahrzeuge. Achso. Ja, ich wollte schon wieder weiter rennen. Ja. So. Hallo. 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 Wo komme ich denn jetzt hin? Ah, jetzt muss ich schießen. Guten Tag. Jungbach. Jo. Oh, du fährst vor. Ladies first, ne? Ey. Okay. Oh, geht's nicht schneller? Nein. Retterverkehr. Das ist eine Schritttempozone. Spielstraße. Da habe ich auch gerade reingedacht. Aua. Okay, der ist kaputt. Ja, da sind glaube ich gerade... Du, jetzt drück auf die Tube. Da von rechts. Der von links. Ey, was hab ich jetzt vor? Wo fähr ich denn jetzt vor? Boah. 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 Na, das war ein Gameplay wo immer da. Das war ein Hinterhalt. Die schwarzen alle nur auf uns. Ah, oben auf der Straße. Verdrücke. Boah. Okay. Die sind alle hier irgendwie imber. Wollen sich nicht treffen lassen. Egal. Oh, guck mal, ne Eismaschine, ne Eismaschine. Links von dir. Boah. Ich fäll da jetzt. Meins. Eishenning. Gegen Dutz. Okay, komm, steig aus und bring den Sprengstoff an der Tür an. Okay. Sprengstoff ist immer gut. Oh, hier, C4. Blubblub. 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 Mit einer unrealistischen Animation. Willst du auch noch was ran machen, oder? Oh, ja. Da kommen wir jetzt schon. Boah. Von hinten. Irgendwann. Da ist noch jemand. Wenn ich dich treffe, mach ich hier den Schaden. Ich wurde gemessert. Ich wurde gemessert. Da rechts ist jemand. Funde, 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 Funde. Ja, warte. Ich komm ein bisschen nach hinten. Schnell, 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 schnell. Go, 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 go. Hilfe, ich loote. Mein Gott. Bis hier eigentlich am Ende ist. Oh, scheiße. Jetzt mal einfach eine Nade reinwerfen, Mann. Noch ein bisschen Schankro. Ja. Hey, das war eine gute Idee. Mit der Nade. Also mit der Granate. Da kommt eine. Achtung. Ah, ich hab's grad am Nachladen. Da ist er. Da rechts. Äh, was? So, wir können auch zurück in die Autos, ne? Da müsste er gar nicht lange kämpfen. Ah, okay. Einfach damit eher einsteigen. Gut. Gut. Ah, da, 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 da. Ja, ich weiß nicht, wer von deinen Zuschauern Battlefield selber spielt, aber er wird vielleicht, weil sie noch keinen Korb gespielt hat, merken, dass es ein bisschen die Hintergrundstory der Polizei ist. Ja. Wie die im Battlefield spielen. Oh. Jetzt hab ich hier den Spawn erwischt. Ja, jetzt hast du sowieso verkackt, denn wir stehen jetzt alle hier in dieser komischen Bank drin. Und wir werden hier nämlich gleich eiskalt rausgeschmissen. Ja, genau. Okay. Gut. Versteck dich irgendwo bei der Munitionskiste, das wär so ein guter Typ. Das Gegner, das ist Feinde. Ah ne, das sind Freunde. Äh, achte auf die Fenster. Ich nehm mal wieder die Sniper. Aua. Aua, 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 aua. Okay, ich bin tot. Kannst du zu mir krabbeln? Aua. Hust dir das Feuer. Ich bewege dir den Arsch hierher. Ich verblute! It. LIVE ich komme hier nicht weg! Uah, ich bin schon wieder tot. HuAH! HHHPC!!! johnsonhdh었 I Labor CoDP-ODITIE IQ! nicht mehr Alter, wo schieben die denn alle? Die wär schon wieder tot Du kannst hier gar nicht rausgehen, du bist ja fast direkt tot Ich hab keine Muni mehr Steht hier aber auch doof, der Mei hier Ah genau, geh mal weg Oua, oua, oua Oua, das sind so 8 Leute oder so, die da stehen Ja, einfach Einen nach dem anderen Schnappen Ich schieße jetzt 6-6, wir stehen unter schweren Beschuss Das ist mit der Aufschleusung, over Ich schieße Oh, oh Wir haben dich grad verauseinander gemacht Ach, ich gemerkt Check mal dein Ziel, du schießt auf Verbündete Aua Wie, ich schieße auf Verbündete, gehen wir aus dem Weg? Dann treffe ich dich auch nicht Oh, das ist doch grad eine dreckige Stelle Gut Gut Hey, sie sind tot Boah Oder auch nicht Wo sind denn die anderen? Ich glaube, dass wir das überhaupt grad machen müssen Ah, da sind noch welche Ah, da sind noch welche Okay, ich bin wieder tot Ich rette dich Dankeschön Komm her, ich brauche Hilfe Kontakt auf Ich weiß auch nicht Wo sind die jetzt? Oben auf dem Dach? Ja Jo, da sind Raketenwerfer sicher jetzt erst Ach da, von da holen die uns immer die Säcke Ah, da kommt unser Heli Okay Okay, der hilft uns, gut Wollte schon sagen, können wir das Schild vielleicht irgendwie runterholen? Werden wir jetzt wieder hier abgeholt? Äh, das sieht ganz danach aus Ich höre den Abholpunkt Lassen Sie Heli Komm, mach nicht über die Mauer Wir lassen dich sonst hier Ich hab auf unser Mail geschossen VIP gesichert Wir haben's geschafft Gut, gut Ja Bisherige Bestpunktzahl überboten Nein, was für ein Wunder Wenn man sie noch nicht gespielt hat, ne? Genau Okay Dann würde ich mal sagen Bis zum nächsten Part Jo